hallo liebe zuschauer hier sind wir wieder mit klaus wurmstichler unterwegs unseren anliegenden super magier mit superhelden umhang ja ich habe das mittel aus wir sind auf der suche nach zehn ob wir als kobalt stein hier auch schon wieder einen neuen gefunden so haben noch zwei kann ich jetzt hier bin okay was haben sie jetzt vor das frage ich mir auch eine buchseite dankeschön hier sind wir bei den treppen lustige bilder hier der kopfschmerzen ist eine leute ist auch mal gut aus so ok gehen wir mal hier hoch damit die spuren des weiteren kobold steins kommen der muss irgendwo da oben versteckt sein bilder hier hängt die alle auf hier hausmeister so viel zu tun haben danke rätsel und da sind die dinge auch noch hier und ganz anders angebracht aber ich habe keine zeit für solche gerätsel weil ich habe keinen platz in meinem inventar für sowas kann mit diesem ding da machen ich kann man das auch naja gut vielleicht braucht irgendein zauber den ich noch nicht kenne könnte das vielleicht anzünden oder so turm der großen treppe weil hier eine große treppe ist und das erklärt so einiges eine ganze magie hin und her warum haben wir keinen fahrstuhl hier angezaubert ich sollte nachsehen ob ich an hohen orten in der schule sinobias steine finde coole us oh ne ok oh ah 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 Ich will nicht so anfangen. Äh, Entschuldigung. Ja, du bist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Hm? Haben die gerade gesummt? Hier muss was sein. Rebellion. Ah, Handbuchseite. Trollrüstung. Diese ungewöhnliche Rüstung wurde für einen Troll gefertigt. Dass sie erhalten geblieben ist, grenzt an den Wunder. Denn Trolle tragen normalerweise keine Rüstung und würden sie verständlicherweise in ihrer Verwirrung oder Wut zertrümmern. Wo gibt's die denn überhaupt? Und wer hat die gemacht? Ich meine, wie viel Stahl hat man dafür verwendet? Und warum? Hm. Hm. Tach. Äh. Rebellion. Hallo. Wie schön Sie zusehen. Oh, was haben wir hier? Schatulle des Feuerkelchs. Der Feuerkelch ruht in dieser uralt mit Juwelen verzierten Truhe. So, er fungierte seit der Gründung des Trimagischen Turniers im späten 13. Jahrhundert als Mittel zur Auswahl der Champions für das Turnier. Oh, da ist der drin. Cool. Nice. Das ist ja, mit diesem Feuerkelch wird, das haben wir ja schon mal, glaube ich, erfahren. Ach, hier. Hab ich dich. So, einer fehlt noch. Wie finde ich den Feuerkelch? Was ist das hier? Hogwarts-Preis für Kräuterkunde. In Anerkennung beispielsweise after Fähigkeiten auf dem Gebiet der Kräuterkunde verleiht Hogwarts diese besondere Ausrechnung an Mirabel Garlick. Hufflepuff im siebten Jahr. Von Alrauden über Mistelzweige und Butterbubblern bis hin zu springen, Knollen. Ihre Arbeit mit der Pflanzenwelt hat alle Wartung übertroffen. Uiuiui. Er hat ja diesen unpraktischen Gegenstand da bekommen, diese Riesen-Vase-Runde oder was immer das ist. Da freut man sich doch. Da muss man nur das passende Wohnzimmer für haben. Ja, das ist der Raum mit Trophäen. Jeder, der hier was bekommen hat und geleistet hat, der kann das hier dann hinstellen, damit es nicht zu Hause verstaubt. Revealium. Das war das beste Tubabag-Quartett, äh, ähm, Duo wahrscheinlich hier in Hogwarts. Ja. Das haben bestimmt noch mehr versteckt, oder? Aha, hab ich dich. Der Trophäenraum. In diesem Raum befinden sich die Hauspokane, Quidditch-Trophäen, Duell-Trophäen und andere Auszeichnungen, die von der Schule vergeben werden. Man findet ja oft Schüler, die etwas angestellt haben und das Silber polieren müssen, um in den Wert harter Arbeit erinnern zu werden. Ja, das haben sie dann auch verdient. Gut, wir sind ja jetzt gerade, wir haben frei. Wir haben immer frei eigentlich. Okay, spannend. Wieder mal auf Abenteuer-Tür? Akio. Der letzte von Zenobia's Koboldstein. Ich sollte zu ihr gehen. Zenobia, wir haben alles gefunden. Sehr schön, war ja dann doch nicht so schwierig. So, das ist so ein Rundgang hier, ne? Dann war es das. Warum hier so viele Ritterrüstungen? Jawohl, schön stramm stehen. Irgendwann hat hier so ein Ritterfetisch, glaube ich. Ich weiß nicht. Bin hier regelmäßig geölt? Ja, mit der Truhe kann ich nichts anfangen. Das weiß ich schon. Bin hier schon einmal komplett rumgelaufen. Schön sackig. Haha. Gut. Ach, hier ist Ende. Aha. Na, muss ich also weiter nach oben? Ich sag noch mal, na, Truhe. Äh. Lohnt sich das? Nö. Wie gesagt, ja. Oh, was ist denn das? Rebellion. Hauselfenrüstung. Warum? Ne. Wer gibt denn einem Hauselfen eine Rüstung? Meine erstens, warum braucht er die? Und zweitens, wenn man ihm Kleidung gibt, diese Rüstung für einen Hauselfen wurde angeblich von einem grausamen Zauberer gefertigt, der wollte, dass ein Elf ihn im Kampf beschützt. Glücklicherweise war der Zauberer zu beschränkt und so kennen, dass eine Rüstung noch als Kleidung betrachtet werden konnte. In dem Moment, in dem der Elf sie anlegte, disapparierte er und verschwand auf Nimmerwiedersehen. Aber die Rüstung hat er da gelassen, samt Tee-Tablett, das finde ich sehr praktisch. Äh, hallo. Also jetzt, ist ja zackig, ja. Jungs und Mädels. Was haben Sie jetzt? Nö. Ach, er schreibt mich doch nicht mal so. Gut, das, ja. Dann müssen wir irgendwann nochmal herkommen. Ich kriege mir die dann eingesammelt, die Sachen. So sind wir noch die nette Xenobia finden. Die Xenobia, die nervige. Pupp, 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 pupp. Hier könnte man noch dieses Türrätseln machen, aber ja, da sind dann nur Truhen hinter der Tür und da habe ich wieder natürlich kein Inventar für. Gut, das können wir dann später machen. Ach, hier ist das andere Ding. Okay. Fui! So. 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 Wie sind die Leute eigentlich überall? Äh, alle hier. Die kennt doch keiner. So, ich hab da Obst. Esst Obst. Statt da rumzusitzen. Muss ich eigentlich mit ihrem Nifflern haben. Aber mit zwei Hauselfen. Da ist eine Katze abgebildet. Aber wieder nur Bilder mit Katzen, keine Hunde. Das haben wir hier gegen Hunde. Ach, ist ja auch nochmal. Ach, hier ist auch nochmal so ein Raum. Ach je. Ich hab kein Inventar dafür. Hier ist das Symbol. Oh, ist das andere? Ah, da. Ah ja, okay. Ja gut. Wenn ich mal wieder Zeug brauche, neuen Umhang oder sowas. Mal schauen. Schöne Wand behangen. Den Hauswappen drauf. Hogwarts. Hätte ich gerne als Decke oder so. Achtung. Ihre geht nicht. Okay. Der wenigstens. Ich dachte schon. Hier ist schon Abend. Hier ist kein Mensch mehr. Alle im Bett, außer ich. Und Zenobia, der unten wartet. Auch schön aus bei Nacht. Die Sterne funkeln. Lichter über all ihren Fenstern. Privelion. Hier war ja nichts. So, mit so Beleuchtung finde ich sogar noch schönere alles. Was ist hier? Ups. Duncan Hop House. Was ist mit dir? Du wolltest mit mir sprechen? Stimmt. Hallo. Ich bin Duncan Hop House. Ist mir ein Vergnügen. Ich habe schon von dir gehört. Du hast gegen Trolle und Drachen gekämpft. Bin eher davongelaufen, aber okay. Kann sein, dass das so wirkt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Es waren oft einfach die Umstände. Dein Ruf eilt dir voraus und ich schätze, er entspricht der Wahrheit. Darum bist du genau die Person, die ich brauche. Na ja, in Professor Hacketts Unterricht haben wir gelernt, Irrwichte abzuwehren. Und also, meine hat leider die Form eines Knuddelmuffs angenommen. Leider? Äh. Die sind doch niedlich. Wer hat denn Angst vor Knuddelmuffs? Die sehen süß aus, bis sie dir die Zunge in die Nase stecken. Egal, wie gerechtfertigt meine Angst vor Knuddelmuffs auch sein mag, ich habe mittlerweile den Ruf, ein Feigling zu sein. Manche nennen mich sogar Dunkhoff Knuddelmuff. Ähm, das ist nicht nett. Nein. Es tut mir leid. Worte können echt wehtun. Danke. Poppy bietet ständig an, mir mit meiner Angst zu helfen, aber ich fühle mich nicht wohl dabei. Poppy. Zu allem Überfluss habe ich dummerweise behauptet, dass ich mutiger wäre, als alle denken, da ich im verborgenen Kräuterkundekorridor war. Der verborgene Kräuterkundekorridor? Ja, Gerüchten zufolge hat der Kräuterkundeprofessor vor Professor Garlick dort gefährliche Pflanzen aufbewahrt. Angeblich ist er so überwuchert, dass sich niemand mehr hineintraut. Ich hatte gehofft, du könntest mir vielleicht einen Beweis dafür besorgen, dass ich, naja, dort war. Ist das nicht Schummeln? Vielleicht ein Blatt von einer besonders gefährlichen Pflanze? Ähm, also, ich soll ihm was besorgen, damit er mutiger scheint. Statt er das selber macht, dann wäre er wenigstens vielleicht mutig und lernt was dabei. Das ist doch Quatsch, sowas. Was für Pflanzen erwarten mich denn im verborgenen Kräuterkundekorridor? Keine Ahnung. Aber hast du gesehen, was für Pflanzen Professor Garlick hat? Das hat er für Augenringe, sag mal. Wenn der vorherige Professor auch nur annähernd so war wie sie, sind sie sicher nicht ganz ungefährlich. War der ein Sandrock oder was? Okay, weil Augenringe hast du, helb ich dir. Klingt spannend. Na gut, ich werde dir helfen. Hervorragend. Das weiß ich zu schätzen. Komm zu mir, wenn du den Beweis hast. Ich stehe ewig in deiner Schuld. Na gut, ist auch ein Ravenclaw. Untereinander hilft man sich natürlich. Ähm. Das hat er in meiner Mission hier durcheinander gebracht. Die Koboldsteine. Die wollte ich eigentlich... Na Kräuterkundekorridor. Klingt spannend. Ups. Ich hoffe, du hattest mehr Glück als ich bei der Suche nach meinen Koboldsteinen. Ah, das ist ja unsere sympathische, äh... Erst-zweit-Drittklässlerin. Hallo, Zenobia. Ich habe deine Koboldsteine. Wirklich? Das hatte ich nicht erwartet. Wie hast du das geschafft? Gesunder Menschenverstand und etwas Magie. Und? Gibst du mir meine Koboldsteine? Was kriege ich denn dafür? Ja, was habe ich mit den Scheißdingern? Nee, bitteschön. Großartige Idee. Oh jee. So gut, los geht's. Wünsch mir Glück. Okay. Oh, wir haben 40 Trefferpunkte dazu bekommen. Schon gelöhnts. Jo, und wir sollten vielleicht die nächste Zeit nicht in den Räsenklor-Turm gehen. Da wird es wahrscheinlich stinken. Okay. Ja. Gut. Hat der für ein Problem? Kacke getreten oder was? Naja. Uff. Das ist alles. So. Jo, ähm... Wir haben ja jetzt reichlich hier in unserem Aufgabenbuch. Jetzt haben wir hier irgend so einen Zauberstabgedöns gekriegt, ne? Hier das Teil. Uh, und Violett. Ja, diese... Ja. Geringelte Stile sind die Violett. Naja, gut. Aber... Die Spitzen da unten würden mich stören. Dann bleibst du da unten am Mantel mithängen. Das ist sehr unpraktisch. Auch sowas. Nee. Nee. Das bricht dir da auch direkt ab da unten. Das ist alles. Das geht noch, aber es ist mir ein bisschen zu kantig. Liege auch nicht gut in der Hand. Aber wir lassen es einfach. Holz ist Holz. Bleibt so, wie es ist. So. Jetzt haben wir hier. Sammlung haben wir wieder was dazugefügt. Na, wahrscheinlich wieder diese Trollrüstung, was wir alles so gesehen haben. Das ist den Karium. Gut, gut. Nehmen wir auch wieder... Ja, haben wir was dazugesammelt. So, ich aufdränge. Dann gibt es noch mehr. Komisch. Naja. Hm. Wir brauchen jetzt ja nur noch einen Punkt finden. Das muss draußen irgendwo sein. Mit der Wand los. Scheint das Licht hier, das sich da spielt. Das ist chaotisch. Aber mach mal. Nee, ich muss in die andere Richtung. Ich muss in die andere Richtung. Okay. Die Gurnientauben, da habe ich mich verhört. 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 Da habe ich mich verhört. Gut, dass wir endlich erfahren haben, warum dieses Porträt leer war. Ich dachte ja, ich will mal was sagen. Da wird hier eine Schatztruhe angezeigt. Was? Was? Wer immer Professor Black zum Gemüter von Hogwarts gemacht hat, hat ganz sicher zu viel Kupfergesang am... Black ist zweitlos. Okay. Da komme ich nicht durch. Entschuldigung hier, Geist. Das ist verschlossen. Hm. 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 Also hier lang, okay. Sind hier noch draußen. Oh, okay. Ähm. Ja. Wo den Regenschub vergessen. Warum in diesen Schlangen liegen, sag mal. Ja. Also. Uh. Buing. Ich hätte es besser wissen sollen, als im Hoppen, einen Unterversparte zu kaufen. Hä? Gold. Oh. Das muss irgendein Rätsel sein. Ne. Ne. Oh, guck mal. Kann man anzünden? Vielleicht solltest du besser aufpassen. Ah. Was bringt das? Drei. Hat da schon Zahnen drauf. Hast du schon irgendein Rätsel? Oh. Gut. Da kommen wir jetzt auch noch nix mit anfangen wahrscheinlich, weil die Mission dafür nicht haben. Okay. Sehr interessant. Hallo. Wie schön Sie zu sehen. Wie schön. Ja. Hm. Moment. Das ist. Wie kommt man denn da drüben hin eigentlich? Hm. Das ist ein bisschen dann. Reveglio. Hm. 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 Hier unten ist ne... Ne Truhe? Komm ich denn da hin? Okay. Kanalisation oder was? Hm. 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 Levioso. Incendium. 1, 2, 3, 4. Hm. Was soll das bedeuten? Was macht der denn da oben? Sag mal. Äh. Was macht der da? Da geht hier mal gerade die Wand hoch. War not. Äh. Ich will ihn da runterholen. Ach. 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 Na gut. Dann. Ähm. Lauf da weiter. Wenn es dir Spaß macht. Äh. Ja. Kann man hier noch... Wo kommt man denn hier überhaupt hin? Ach. Hier ist wieder so ein Ding. Okay. Okay. Was muss da unten irgendwo sein? Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Da ist abgeschlossen Ne, jetzt kommen wir mal wieder da rein Die Treppe sieht vielversprechend aus Tachchen Tachchen Reveilion Reveilion Wie ist Hogwarts-Wappen hier? Okay Interessant Statue des schlafenden Drachen Das Motto von Hogwarts Draco Dormiens Nuquam Titiliandus Bedeutet Kitzler niemals ein schlafenden Drachen Zum Glück ist dieser schlafende Drache aus Stein und wird nie erwachen Er kann gefahrlos gekitzelt werden Äh Soll man den kitzeln? Aber besser nicht Geistern Okay Dann kommen wir hier hin Hier ist ein Stoff Schloss der Stufe 2 Okay Das ist aber dann Schon heftig verschlossen Hier auch Kommt die jetzt her? Kommt die jetzt her? Nun sind wir hier wohl Fischer Oh Achio Reveilion Achio Hab dich Sind wir hier bei den Hufflepuffs oder was? Okay Hier kommen wir also nicht weiter Da kommen wir nicht rein Hier sind auch wieder so eine Kröte Okay So kommst du dann in geheime Räume nochmal rein Da musst du sogar eine Homora Stufe 2 können Das hier ist verschlossen Okay Hm 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 Hier ist was. Die Aschenurne. Diese besondere Ohrne soll Gerüchten zu Folge 1 folgende Inschrift getragen haben. Pionier im Drachen Salmon hatte nicht mit den ungarischen Hornschwanz anfangen sollen. Oh. Ja, jetzt zumindest hat man seine Asche noch gefunden. Hm. Was ist da unten? Kommen wir hier auch nicht weiter irgendwie, ne? Réveillon. Hm. Mir egal, wie man in die anderen Gemeinschaftsräume kommt. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Rivalium. Wie komme ich da hin, ist das Problem. Rivalium. Da können wir auch so einfach nicht hinreisen. Da fehlen uns einfach die... Die sind zu viel... Türen sind verschlossen, ist das Problem. Hm. Wir kommen da nicht raus in der Richtung. Tierwesen waren wir nicht. Ach, hier ist dieser verborgene Kräuterkunde-Korridor. Gucken wir da hin. Es gibt nur einen Gemeinschaftsraum, in den jeder einmal rein möchte. Das ist der von Hufflepuff. Das ist schon seit tausend Jahren so. Sagt so eines Garlick. Rivalium. Alle wollen in den Gemeinschaftsraum nach Hufflepuffs, okay? Okay, dann gucken wir doch mal, wo wir jetzt hier hinkommen. Sorry. Verzeihlich. Aus dem Weg. Cool. Das ist nicht mal Gartenkunst. Gartenkunst. Oh. Okay. Danke. Herausforderung abgeschlossen. Oh. Sind wir jetzt Trefferpunkte noch bekommen? Dankeschön. Hallo. Holt er meinen, kann ich Ihnen helfen? Nein. Okay. 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 Ich finde, es ist nichts Besonderes, wenn die Familie im Ministerium arbeitet. Klingt eher ziemlich langweilig. Versuch mal einen Hippogreis zu reiten. Oh, die sind Bienenkörbe. Rivalium. Glummbubel. Glummbubel sind magisch fliegende Insekten, die eine Art Sirup produzieren, der im abverzehrten Schwermut verursacht. Sie ernähren sich von Nesseln und bauen ihre Nässe an dunklen und abgelegenen Orten. Neither fallen sie auf Bienenstöcke und haben fairen Ausdruckungen auf den Honig darin. Uiuiui. So eine Glummbubel-Plage hier wahrscheinlich. Rivalium. Incentrum. Der liegt aber mit marmes Feuerchen. So, wo müssen wir jetzt hier hin, ey? Diese Ranken sind so trocken, dass ein Funke sie entflammen würde. Livioso. Quatsch. Incentrum. Okay. Hier sind so ein paar Insekten hier rumgeflattern. Was ist das hier? Rivalium. Das kann man wahrscheinlich schon nutzen, tut sich aber jetzt nichts, wenn ich da irgendwas anklicke, ist also für mich nicht nutzbar gerade anscheinend. Auch mal vielleicht in irgendeinem Unterricht oder so. Oder muss ich irgendwas machen hier? Und vielleicht brauche ich da irgendwas für... Okay. Das wird schon wieder dunkel. So, dann gucken wir mal, was wir hier finden. Das muss der Eingang zum verborgenen Kräuterkunde-Korridor sein. Boah, hat der nie wieder einer mal aufgeräumt? Ein ziemlich grober Zauber, um ein bisschen Feuer zu machen, oder? Naja. Hallo, Jungs. Lumos. Teufelsschlinge. Die scheint im Dunkeln zu gedeihen. Vermutlich mag sie kein Licht. Incentrum. Lumos. Oje, oje, okay. Zur Not werfen hier einen Kohlkopf an den Kopf. Incentrum. Ja, ja, nochmal. Lumos. Reverium. Okay, jetzt machen wir die Überlichtung, wenn dieses Zeug verschwindet. Oh, da ist eine Riesentruhe. Scheiße, kann ich nicht anfangen. Ich meine, Inventar ist voll, Kinder. Komme ich da rüber? Ach, ja, okay. Eine dunkle Schiebermütze. Äh, ja, das hat sich ja da gelohnt. Okay. So ein Lederkäppchen. Äh, 15. Hervorragend vom Status. 24 Verteidigung. Was ist wie die? Hat aber nur Eigenschaftsplatzstufe 1. Die hat 3. Aber da wir ja mit den Eigenschaften noch nichts machen, großartig. Ist es ja eigentlich wurscht, ne? Wobei, die könnte man, äh, ja, wenn man die verkauft, 90. Die würde ich aber dann eher behalten, den dunklen Sonnenrot hier. So, da müsste man die Optik ändern. Genau den. Der hat die besseren Werte einfach. Und wir können ihn noch besser, besser aufwerten. Da ist ja geil. Wir können aber die Optik zumindest anpassen. Sieht ein bisschen moderner aus. Oh, Lumos. Lumos. Das ist ja geil. Incentivate! Lumos! Livioso! Nee, das geht hier nicht. Okay. Oh! Lumos! Okay, hier müssen wir aufpassen und wir zaubern. Anscheinend hat die Teufelsschlinge eine Truhe beschützt. Mediose! Incentivate! Oh! Hey, das geht nicht hin. Lumos! Die sind wahrscheinlich nicht nah genug zusammen. Incentivate! Incentivate! Ach, hier! Rebellion! Livioso! Ach, Quatsch! Incentivate! Das ist auch ein Fackelding, okay. Da geht nicht hin. Ach, Quatsch! Incentivate! Incentivate! Oh! Okay, das geht hier auch nicht. Was ist das hier? Die Schale ist, die Sachen zu zerstören. Also, traditionell kostet doch nichts. Ein illustrer Umhang. Okay. Ah, da habe ich noch nicht die Stufe für. Aber der bringt gar nicht so viel. 26. Hm. Das ist hervorragend. Der ist besser, allerdings für den Eigenschaften. Bringt doch nur 90, wenn man verkauft. Na gut, das ist dann auch nicht. Dafür jetzt die ganze Arbeit. Naja. Nun ja. Da wird mir irgendwo was angezeigt. Hm. Oh je. Wimt. 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 LUMOS! INCENTIAL! Wer hat den hier früher mal getöpfert? Okay. Rebellion! Wechselhäuser. Ach, wie komme ich raus? Gut, dann muss ich wenigstens nicht den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Das ist nicht schlecht. LUMOS! Ist noch nicht ganz was passiert, wenn ich mich diesem Ding hier nähere. So. Das hat sich jetzt aber nochmal gespeichert. Okay, dann haben wir es geschafft. Ich komme hier weg. So. Wo komme ich jetzt raus? Woops. Äh. Wir sind da irgendwie ganz unten in den Gewächshäusern rausgekommen. Okay. Rebellion! LUMOS! Oh. 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 Die haben mich noch nicht gesehen. Die haben mich, glaube ich, noch nicht gesehen. Aber gut zu wissen, dass hier unten so eine ist. Und noch von diesen Pflanzen. Die sind nochmal ganz schön groß hier. Uh. Riesige Pilze. Okay. Wie geht's hier hin? Ah. Das ist normal in die Gewächshäuser. Und hier. Oh. 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 Hier waren wir noch nicht. Oh. Ist das ein reines Labyrinth hier. Oh. 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 Rebellion. aha ich kann sich also aufmachen hat mir jetzt nichts gebracht weil mir der bittervoll ist okay dann geht das ja wo ich immer testen so jetzt kommen wir also hier ganz normal raus und uns hier verpieseln und unserer nächsten aufgabe widmen okay dann haben wir diese mission auch abgeschlossen ist nicht die wichtigste aber ich wollte mal machen interessant was man da alles findet so jetzt muss man nur noch zum damen grünen dann unser leuchtkäfer glühwürmchen was auch immer das ist halt schon schön gemacht also kann man nicht anders sagen da kann man nichts anderes sagen so dann müssen wir jetzt noch unsere mission ja beenden und dann haben wir das auch geschafft wir sind natürlich jetzt hier mitten in der nacht die habe ich bisher doch nicht gefunden okay der springbrunnen der haupthalle dieser verschnörkel der springbrunnen sitzt filigran gearbeitete statuen von bruder in der magischen welt darunter die schon in serien in die den brunnen sagt da bin ich bisher mal vorbeigelaufen wo man ein wehrwolf und ja gut dann sagen das war es jetzt hier erstmal hat lang genug gedauert und wenn ich mal sagen bis zum nächsten mal hier mit klaus der nicht aufgegangen ist und wir danken für zuschauen bis zum nächsten mal metal bye bye ma 巴 ta Vielen Dank.